Das ist ein normaler Stärkensatz plus Löcher, ohne die Pester. Das ist ein leichtes Seichwort, das ist ein kreil. Ich mag es nicht kreil, aber nicht laut. Da wirst du... Ja! Das wird ja nicht falsch, das man in den Jolle. Bum, 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 bum... Oh! Bum, 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 bum... Bum, 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 bum... Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.